In diesem Sinne werde ich gleich hier weiterlesen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Und zwar, du musst unbedingt noch das erste Video anschauen, das ich gemacht habe, damit du wirklich die Zusammenhänge verstehst. No idea can be impressed on the subconscious until it is felt, but once felt, be it good, bad or indifferent, it must be expressed. So, jede Idee, die durch dein Bewusstsein in dein Unterbewusstsein aufgedrückt, eingepflanzt worden ist, und wenn sie dann gefühlt wurde, egal als gut, schlecht oder egal, indifferent, also neutral, wird sie ausgedrückt. Und jetzt überleg dir, viele Heiler sagen, du musst, deine Dramen, deine Ängste musst du durchfühlen. Merkst du, was passiert, wenn du das tatsächlich tust? Solange du das durchfühlst und diese Identifikation mit dem, dass es in dir ist, dass es in dir entsteht, dass es Teil von dir ist, musst du diese Scheiße immer wieder gebären. Und so passiert es eben auch, dass du immer wieder in die gleichen Situationen kommst, immer wieder die gleichen Situationen hast, dass sich Menschen ablehnen, dass du von Partnern verarscht oder belogen oder betrogen wirst. All diese Dinge, die passieren genau dann, wenn du aus diesem Kreislauf, aus diesem unbewussten Kreislauf, bevor du das gelernt hast, bevor du dieses Gesetz der Schöpfung verstanden hast, was du wirklich unwissend immer wieder reproduzierst und rekreierst. Hier ist dieses Gesetz einfach am Welten. Du kannst es nicht stoppen. Du kannst nur anfangen hier in dein Bewusstsein, in deine Wahrnehmung, in deine Entscheidungen, in deine Auswahl, andere Dinge in dein Unterbewusstsein eindrücken, aufdrücken. Deswegen, wenn du irgendwo in einer Mentorin, Coaching, Healing, Therapie bist, wo man von dir verlangt, Dinge, die dich gestört haben, durchzufühlen und immer wieder durchzufühlen, bis es dann irgendwann mal vielleicht egal oder neutralisiert ist, spar dir diese Zeit. Spar dir diese Zeit. Im Unterbewusstsein ist es völlig egal, wann du dich veränderst, wann du wechselst, wann du andere Informationen einpflanzt. Du kannst es jetzt tun. Feeling is the one and only medium through which ideas are conveyed to the subconscious. Siehst du, du musst aufpassen, was du fühlst, wie du dich fühlst und nachdem durch deine Ideen, Vorstellungen, Rückschlüsse und Annahmen deine Gefühle zustande kommen, musst du eben dort anfangen, wo diese Sachen herkommen und zwar aus deiner bewussten Wahrnehmung. Und dort musst du anfangen, nur noch die Trauben, die reichen, reifen, die leckeren Früchte, die leckeren, schönen, angenehmen Rückschlüsse zu ziehen. Und deswegen ist eben genau das so wichtig, weil der Mensch, der nicht seine Gefühle kontrollieren kann, drückt eben sein Unterbewusstsein immer wieder unerwünschte Zustände, unerwünschte Samen auf. Und wie du dieses Gefühl kontrollieren kannst, das ist auch nochmal etwas, was du wirklich, wirklich lernen musst, diese emotionale Stabilität, wo du dir herkommst, mit welchen Gedanken und Ansichten du managst, umgehst und wie du damit umgehst, damit eben dieses Gefühl, das in dein Unterbewusstsein hineingedrückt wird, dem entspricht, was du nachher auch im Außen sehen möchtest. Das ist emotionales Management. Auch das ist ein ganz großer Teil von meinen Coachings und Mentorings. By control of feeling is not meant restraint or suppression of your feeling, but rather the disciplining of self to imagine and entertain only such feelings as contributes to your happiness. und das ist es ja auch wieder da. Du sollst keine Gefühle wegdrücken, weil du kannst sie nicht wegdrücken. Wenn sie da sind, dann sind sie da. Du kannst sie nur verändern, indem du dich eben disziplinierst mit dem, wo du hingehst, mit deiner Vorstellung, mit deinen anderen, mit deiner Wahrheit, mit deinen Rückschlüssen, mit dem, was du letztendlich glaubst. Und solange dieses Gefühl noch da ist, dieses Flaue oder dieses ungute Gefühl, wie wir immer wieder sagen, kannst du wissen, dass hier noch Annahme, Rückschlüsse, Vorstellungen, Ängste, alte Geschichten, ihr oben immer noch aktiviert werden, reingebracht werden in dich, wo du dich noch nicht geklärt hast, wo du dich noch nicht diszipliniert hast, wo du noch nicht weißt, wer du selbst bist, weil du noch nicht ein neues Konzept von dir und über dich, das ist auch so, so wichtig, weil all das, was in dir wohnt, ist in erster Linie das, was du über dich glaubst. Und hier ist wieder dieses Thema Self-Konzept, das zu erstellen, damit sich genau dieses gewünschte Selbstkonzept und dieses gewünschte Lebenskonzept immer wieder in dein Unterbewusstsein eindrückt und aufdrückt. Und für viele ist es einfach schwierig, sich zu disziplinieren. Und deswegen gibt es wie im Sport Coaches, Mentoren, Unterstützer, die helfen, diese Disziplin, dieses Selbstkonzept, dieses Selbstbild, das erwünschte erst mal zu erstellen und dann in dich implementieren, in dein Unterbewusstsein so lange aufzudrücken, bis es für dich dieses Normalgefühl gibt. Und kontrollieren heißt, managen und nicht unterdrücken. Kontrollieren heißt, so aufsetzen, so generieren, so zusammensetzen, dass nachher das rauskommt, was sich nach erfüllt und glücklich anfühlt. Never entertain an undesirable feeling, nor think sympathetically about wrong in any shape or form. Das heißt eben auch, dass du nicht diese unerwünschten Gefühle nähren sollst oder systematisch über irgendetwas Falsches nachdenken, über etwas Unerwünschtes nachdenken sollst, egal in welcher Form das auch ist, in welcher Ausgestaltung das ist. Also das heißt, denk auch nicht über unerwünschte Dinge in Bezug auf andere nach. Denk auch nicht über unerwünschte Dinge in Bezug auf irgendwelche Situationen nach. Hör auf, diese Vorstellungen zu nähren. Do not dwell on the imperfection of yourself or others, oder? Sehe diese Nicht-Perfektion, diese Fehlerhaftigkeit, weder in dir noch in anderen. Geh da drin nicht auf, in dieser fehlerhaften Welt oder in diesen fehlerhaften Annahmen, in diesem fehlerhaften Bewusstsein. Geh da drin nicht auf. To do so is to impress the subconscious with these limitations. Oder du sagst deinem Unterbewusstsein wieder ganz klar, das ist limitiert, das ist schlecht, das klappt nicht, da ist es nicht möglich. Aber das sagst du. Du behauptest es. Dein Unterbewusstsein führt es aus. What you do not want done unto you, do not feel that is done unto you or another. Also, das habe ich auch schon im anderen Video gesagt, was du nicht willst, was man dir antut, fühle auch nicht, dass es dir angetan worden ist oder jemand anders. Und das ist crazy für unseren Verstand. Das bedeutet nämlich, hör auf, mitzuleiden. Hör auf, mitzutragen. Hör auf, Dinge mitzufühlen für andere. Weil dann wird es mehr. Es wird in deinem Unterbewusstsein aufgedrückt, dass da Leid herrscht. Mit Leid. Es herrscht Leid. Already, sagt dein Unterbewusstsein. Es herrscht Leid. Wo kann man denn noch mehr Leid haben? Ich zeige dir in der Fernsehgeschichte, wo Leid ist. Ich bringe dir einen Freund oder einen Kollegen, der gerade leidet. Hier hast du dieses Leid, das du die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein aufgetragen hast. Mit Leid ist nicht das, was du tun sollst. Mit Fühlen. Mit Gefühl. Fühle nicht mit, wie es jemand anderem schlecht geht. Fühle den anderen schon in seinem erfüllten Wunsch. Dann bist du Heilern oder Heilerin. So funktioniert Heilung. Heilung wird nicht durch Mitgefühl erzeugt. Es ist entgegen dem Prinzip der Schöpfung. Du kannst nicht Heilung durch Mitgefühl der negativen, ängstlichen Gefühle erzeugen. This is the whole law of a full and happy life. Und das ist so schwierig für unseren Kopf, weil unser Kopf hat immer gesagt gekriegt, in unserer Gesellschaft wird uns immer gesagt, du musst mitfühlen und du musst da, da, da sein und du musst mitleiden und du bist nur ein guter Mensch, wenn du Mitgefühl hast. Ja, Mitgefühl für die Divine Design, perfekte, wunderbare Version, die du in dein Unterbewusstsein eindrücken willst. Diese Version von einem anderen Menschen, der vielleicht gerade leidet, dem es gerade schlecht geht, diese Version, die transformierst du da oben, wie ich es erklärt habe, und pflanze die gesunde Version in dein Unterbewusstsein ein. Du weißt, dass dieser Mensch klar gesund ist und dass dein Unterbewusstsein diese Version von diesem Menschen ausdrücken wird, wenn du sie fühlst, wenn du in dir fühlst, wie dieser Mensch freudig, gesund und glücklich ist. Und das ist diese große Krux, insbesondere wenn man viel mit jemandem zu tun hat, der am Leiden ist, ist es die allerschwerste Aufgabe, das zu tun. Und deswegen ist es halt öfters einfacher, wenn ein Äußerer, ein Ausstehender, Außenstehender, das für dich mitmacht, wenn du da Unterstützung hast, in dieser gesunden, heilen Idee, die immer wieder in dein Unterbewusstsein einzudrücken, aufzudrücken, dass sie neu entstehen kann, während der alte, kranke Acker da draußen vertrocknet, weil du ihn nicht mehr pflegst. Das ist das Gesetz der Schöpfung. Du kannst es nicht umgehen. Du musst es managen. Every feeling makes a subconscious impression and unless it is counteracted by a more powerful feeling of an opposite nature must be impressed. Also dieses dominante Gefühl, das in dir herrscht, dass die Welt böse ist, dass du nicht geliebt wirst, dass du abgelehnt wirst, dass du krank bist, solange diese dominante Überzeugung in dir diese entsprechenden Gefühle aktiviert, solange muss es ausgedrückt werden, solange muss es dem entsprechen. Und wenn du das verstehst und je mehr du das verstehst und desto disziplinierter du bist und desto mehr du dich erhebst aus eben all diesen gesellschaftlichen Normen, die dich noch mehr in das Gefühl der Unterdrückung, des Ausgeliefertseins, des Leidenmüssens bringen, desto mehr kommt eben immer wieder dieser gleiche Kreislauf, dieses Hamsterrad aus uns heraus und desto mehr ist unsere Realität eben nicht unseren Wünschen entsprechen. sprechend. Ich hoffe, dir damit gedient zu haben. Ich hoffe, du verstehst mehr und mehr die Regeln dieses Lebens und du verstehst mehr und mehr, um was es wirklich geht. Je mehr und je klarer dir diese ganzen Dinge, dieser Kreations- und Schöpferprozess wird, desto weniger anfällig bist du dann auch für dem entgegenstehenden, entgegensprechenden Informationen und sei es irgendwelchen unheilbringenden Voraussagen, Vorhersagen oder Diagnosen, dann weißt du, wie du damit umzugehen hast und wie du das transformieren kannst und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es am allerschwierigsten ist, wenn man eben so tief in einem hilflosen, ausgelieferten, unterdrückten Gefühl ist, da wieder rauszukommen und dafür darf man Hilfe annehmen, aber eben die richtige Hilfe und nicht diese Hilfe, die dich eben noch tiefer in das unerwünschte Gefühl, in die unerwünschte Vorstellung, in das unerwünschte Bewusstsein rein trägt. Wähle weise, wähle weise, wähle dort, wo du siehst, dass diese Person, die dich unterstützt, genau weiß, wie es funktioniert und dich nicht irgendwie mit anderen, dir andere Dinge wieder aufdrückt, die in dir ein Gefühl der Krankheit, das Ausgeliefertsein, das Hilflossein initiiert. Das ist mein Wunsch für dich und wir sehen uns im nächsten Video.